Die deutsche Frau, eine Italienerin und eine Türke leiden sich, was sie so erreicht haben bei ihren Männern. Die deutsche Frau, also ich habe zum Beispiel gesagt, Hans, du gehst nicht weiter, du musst mir da ein bisschen helfen, du könntest vielleicht in meine Küche putzen. Am ersten Tag habe ich nichts gesehen, am zweiten Tag habe ich nichts gesehen, aber am dritten Tag hat Hans die ganze Küche geputzt. Dann sage ich dir, die línein citizens, die anderen machen, ich habe vertra워, ich habe gesagt, ich bin dir nicht mehr, du musst mir helfen für die Wohnung, kannst du zuerst die Eine Familie zu Hause machen, am ersten Tag habe ich nichts gesehen, am zweiten Tag habe ich nichts gesehen, am dritten Tag habe ich nichts gesehen, aber am dritten Tag habe ich langsam wieder gesehen und die Autor Springstecker Okay, Kukin.